Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, wir haben Kanaljubiläum, hat uns zudem YouTube mitgeteilt. Ihr Kanal hat nun Jahresjubiläum. Wir sagen herzlichen Dank an Sie alle. Schön, dass Sie bei uns sind. Vor circa einem Jahr haben wir beschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen mit unserer Arbeit. Und ja, sagen vielen Dank. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben heute für Sie mitgebracht den UR30. Ethereum, Bitcoin, Währungspaar, UR30, Bitcoin, Ethereum, Solana und Kass. Wie immer alles nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, Sie haben es bereits gehört. Kanaljubiläum, heute eine Folge. Sie haben es gesehen. 343 Videos haben wir bereits erstellt. Und 365 Tage im Jahr. Das heißt, wir hatten ein paar Tage, wo wir keins erstellt haben. Plus, Minus haben wir nun fast jeden Tag ein Video erstellt. So soll es natürlich auch im Folgejahr bleiben. Wir sagen vielen herzlichen Dank für das tolle Jahr mit Ihnen. Waren Höhen und Tiefen dabei. Waren sehr gute Trades dabei. Sehr schlechte Trades. Es waren unfassbar tolle Menschen, die wir bisher auf unserer Reise kennenlernen durften. Wir sagen vielen Dank, liebe Community, für alles bis dahin. Wir starten los. UR30, Dow Jones, wie sieht es aus? Weiterhin unser Abverkauf. Nun erwarten wir eine Gegenbewegung. Die Gegenbewegung sollte etwa auf 34.135 bis 34.200 hier in diesem Bereich etwa sein. Zurück habe, wo die EMA sind und danach sollten wir nochmal einen finalen Abverkauf sehen. Vermutlich dann kommende Woche. Gehen wir direkt weiter. Ethereum-Bitcoin-Währungspaar. Hier sieht es entsprechend wie folgt aus. Hier ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir hier an der Stelle sind. Und das möchten wir ganz klar sagen. Bitcoin und Ethereum-Währungspaar bedeuten auch entsprechend die Stärke von Ethereum. Und je weiter der Ethereum-Preis fällt, desto bescheidener ist es für Ethereum und die Altcoins. In diesem Fall möchten wir ganz klar sagen, ist es extrem, extrem wichtig, dass wir nun hier bei Ethereum halten. Wenn wir nämlich hier zusammenknallen, in Anführungszeichen, bei Ethereum, haben wir alle keinen Spaß. Und das, wie gesagt, möchten wir nicht. Und wir zeigen Ihnen gleich noch, wie das Ganze sich ausspielen kann bei Ethereum. Dann wird es nochmal etwas klarer. Und ja, gehen wir direkt mal los zum Bitcoin. Haben wir direkt dabei. Wie sieht es hier aus? Wir haben hier entsprechend unseren Push nach oben gehabt. Kommen nun etwas tiefer. By the way, wir haben heute unseren letzten Tag. Die RSFM-Crypto-Trading-Kurs-Aktion läuft heute Abend bzw. heute Nacht aus. Für alle, die sich dafür interessieren, haben wir unterhalb der Videobeschreibung auf unserem YouTube-Kanal ein Infovideo. Ebenso finden Sie die ganzen Links zur Ratenbezahlung oder Direktbezahlung unterhalb der Videobeschreibung. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne ein Telegram, direkt eine Nachricht. Kommen Sie zu uns jederzeit, kein Problem. Und für alle, die mit uns traden möchten, finden Sie unterhalb der Videobeschreibung ebenso unseren Telegram-Kanal. Wir möchten Ihnen mal kurz nochmal zeigen. Das sind unsere aktuelle Trades hier bei Bitcoin und Solana. Das heißt, dass Sie sich hier mal einen Einblick verschaffen können in unsere aktuelle Arbeit. So sieht es bei uns aktuell aus. Ja, gehen wir direkt weiter in den Bitcoin-Preis. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wie wir es bereits gesagt haben, es gibt die Möglichkeit, dass wir hier direkt durchverkaufen. Ja, und wie kommen wir denn nun auf 35.000, 40.000? Was für Preise alles aufgerufen werden, wie kommen wir denn nun dorthin? Ja, wir möchten Sie Ihnen zeigen. Wir haben nun eine Möglichkeit. Möglichkeit 1, wir hatten hier ein sehr, sehr schönes Ascending Triangle. Das bedeutet, dadurch werden wir Pattern unterstützt worden, ja. Es muss nicht immer ein sauberes Pattern gefunden werden, aber sehr, sehr oft ist das der Fall, ja. Und wie können wir nun nach oben durchziehen? Und das ist unsere Meinung, dass wir hier entsprechend ein Inverse Head & Shoulder Pattern bilden, ja. Das bedeutet, dass wir nun einen Abverkauf sehen in die Region der 28.000. Von dort erwarten wir eine Gegenreaktion. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, durchzustarten. So sieht für uns aktuell der Bereich aus, nach oben zu kommen. Und wir werden jetzt gemeinsam das Ganze mal abmessen. Das heißt, natürlich ist es keine Garantie, ja. Es sind auch nur Wahrscheinlichkeiten. Wir sind auch täglich an der Analyse und schauen, wo können wir entsprechend unsere Analyse verbessern. Und wo können wir auch entsprechend Mehrwert geben. Und unsere Analyse sieht vor, dass wir dann zu 34.672 kommen. Und dann hätten wir den Ausbruch, ja. Für alle entsprechend, ganz, ganz wichtig. Wir haben bereits, und wir möchten es ganz klar sagen, eine bärische Tagesdivergenz gebildet. Das heißt, wir haben hier ein kleines Higher High. Und wir haben hier bereits einen absteigenden Asch, einen bearish cross. Auch hier muss man ganz klar sagen, sieht es aktuell nicht danach aus, dass wir zu dem Moon oder sonst irgendwo hinfliegen. Ja, natürlich kann jederzeit, und das wissen wir auch vom Bitcoin Price und vom RSI, das ist nur ein weiterer Indikator. Der kann auch hier nochmal nach oben schießen und dann erst korrigieren. Absolut alles intakt, ja. Aber wie gesagt, berücksichtigen Sie bitte auch Faktoren, die es gibt. Und machen Sie nicht die Augen zu, nur weil alle wieder voller Euphorie sind. Haben Sie gewusst, dass wir aktuell über 60, 65 bereits beim Fear and Greed, das ist der Gierindex, ja, Angst- und Gierindex, bereits in der 65. Gier, das ist komplett grün, die Gier, ja. Ist Ihnen denn klar, was passiert, wenn alle in Gier verfallen sind? Machen Sie sich selber mal Gedanken, wie gesagt, wir sind selber Hyperbull und wir wollen auch keine Panik schüren. Aber wir hören nur, dass alle eben zum Mond fliegen schon momentan und wir fliegen nicht zum Mond aktuell, ja. Wichtig ist es, die Level zu beachten und die Level sind für uns ganz klar. Wir könnten jetzt ohne weiteres erstmal auf die 38.000 nach unten gehen. Wir haben es hier eingezeichnet, 27.937 bis 28.505. Bis dahin können wir jederzeit korrigieren und wir bleiben auch, Sie haben unsere Short-Position gesehen, die sehr, sehr groß ist. Wir bleiben weiterhin in unserer Short-Position, denn wir gehen davon aus, dass wir nochmal Abverkauf sehen. Wir zeigen es Ihnen nun auf kleineren Zeitebenen, das heißt, hier haben wir in 4-Stunden-Basis eine Bare-Flag gebildet. Jetzt gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist, dass wir hier jetzt nach unten kommen, nochmal nach oben kommen, die Bare-Flag löst sich auf. Oder Variante 2 ist, wir schaffen es wirklich den direkten Ausbruch. Dann ist die Bare-Flag eliminiert und dann haben wir eine Möglichkeit, erneut Maß zu nehmen. Aber aktuell, wie das eben hier so aussieht, muss man ganz klar sagen, haben wir keinen bullischen Push oder irgendwas hier drin für uns. Das ist aktuell der Preis, das ist aktuell der Chart und wie gesagt, natürlich können wir hier direkt auch durchschießen. Wir sind im Kryptomarkt, aber man muss auch den Gesamtschart betrachten und der sagt eben nicht, dass wir komplett zum Mond fliegen. Was eben wäre, ist jetzt hier, wenn wir hier das Ganze hier bouncen würden vom RSC oder entsprechend tiefer gehen. Wie gesagt, es kommt jetzt darauf an, aber wir sind weiterhin short. In unseren Szenarien, wir haben hier oben den Einstieg getätigt bei 31.390 irgendwo hier oben. Das heißt, wir haben genug Luft, haben auch den Stop-Loss bereits nachgezogen. Aber als nächstes Ziel-Target und das ist das Ziel-Target von der Bare-Flag. Wenn wir ausbrechen, erwarten wir hier die 29.369 und Sie sehen es bereits hier, ist dann die Wellenbewegung zu Ende. Das heißt für uns vermutlich dann, wenn wir abverkaufen, gibt es hier einen Wig nach unten und von dort haben wir dann wieder die Möglichkeit, wenn dann überhaupt. So viel mal dazu, aber wie gesagt, aktuellen Push nach oben sehen wir nicht. Sollte es dennoch so sein, liegen wir falsch. Wir haben einen Stop-Loss, das ist überhaupt kein Problem, aber so mal aktuelle Lage zum Bitcoin-Preis. Gehen wir direkt weiter, Ethereum-Preis, auch hier möchten wir an dieser Stelle kurz unser Szenario mitteilen. Bei Ethereum erwarten wir wie folgt, wir haben hier die Möglichkeit, ganz klassisch ein schönes Head-and-Shoulder-Pattern zu formen. Und dieses Head-and-Shoulder-Pattern können wir uns sehr, sehr gerne auch mal das Ziel-Target anschauen. Sollte sich das bärisch dann auflösen, haben wir ein Ziel-Target und das schauen wir uns jetzt kurz gemeinsam an. Dann haben wir ein Ziel-Target von 1671. Dann würden wir unsere Box weit überschießen und das wäre das Ziel-Target, sollte sich das final ausformen. Das heißt, auch hier sehen wir nicht, dass wir hier irgendwo zum Mond fliegen. Wir möchten einfach nur gute Arbeit in unserer Analyse geben und Ihnen keine schlechte News bringen. Wir möchten aber versuchen, Ihnen News zu bringen, die Mehrwert bedeuten. Und es bringt nichts, wenn wir von Mondpreisen sprechen, wenn wir aktuell nicht im absoluten Push- und Movement sind, sondern wir haben immer noch die Möglichkeit, bevor wir massive Anstiege sehen, eine Zwischenkorrektur einzulegen. Und darum soll es gehen und deswegen berichten wir auch heute an diesem Freitag zu unserem Jahresjubiläum. Dann haben wir den Solana-Preis. Bei Solana haben wir unsere Zielbox erreicht. Sie sehen es entsprechend abgearbeitet. Wir haben hier ein 1, 2 und dann eine 3 gesehen. Wir haben nun das Ziel für uns perfekt abgearbeitet, reingepiekt. Sehr, sehr schön. Jetzt ist es sehr, sehr spannend bei Solana, denn es gibt nun zwei Szenarien. Das ist absolut wichtig bei Solana nun zu bedenken. Wir haben einmal die Möglichkeit hier auf ein Inverse Head and Shoulder. Das bedeutet, wir haben jetzt hier den Retest. Circa bei 18,60 würden hier nach oben kommen und das würde Solana dann weiterhin beflügeln. Das ist Szenario 1. Szenario 2 möchten wir auch ganz klar zeigen und auch niemanden vorenthalten. Szenario 2 ist ganz klar, wir haben jetzt hier eine dreiteilige korrektive Aufwärtsbewegung gesehen. Und diese dreiteilige korrektive Aufwärtsbewegung wird komplett wieder abverkauft auf mindestens 12 Dollar. Wie gesagt, es gibt beide Szenarien. Wir sind nicht da um Panik zu schüren. Sie wissen es aus der Vergangenheit auch alle, die uns länger folgen. Wir sind hyperbullish, manchmal vielleicht zu bullisch. Aber wenn wir Bärenpower in der Nähe haben, dann muss man auch die Bärenpower zollen. Und das tun wir an dieser Stelle und haben nun die Möglichkeit. Wenn, und das möchten wir ganz klar sagen, wir hier die 3 ausgebaut haben, und wir kommen jetzt hier in einer 4 runter. Wir kommen hier auf die 5 nach oben, haben dann einen schönen 5-Teiler ausgebaut und haben dann die Möglichkeit, und das ist jetzt das Wichtigste, nochmal ein schönes Korrektiv zu sehen. Und dann können wir final durchstarten in einer übergeordneten 3. Dann sagen wir, perfekt, wir sind im richtigen Movement. Aber solange dieser 3-Teiler nur ein 3-Teiler ist, ist es immer noch möglich, das Korrektiv zu sehen. Wie gesagt, unsere persönliche Meinung, einfach etwas aufpassen, nicht zu bullisch sein, ja, und ja, so viel zu Solana. Ja, RSI-Technisch, wollte man kurz noch sagen, auf Tagesbasis, Entschuldigung, haben wir noch einiges am Platz. Aber, ganz wichtig, schauen Sie mal in der Vergangenheit hier, haben wir selbes Level gehabt, circa. Und was ist dann passiert vom selbigen Level? Wir haben vom selbigen Level, wo wir aktuell stehen, vom RSI, viel tiefer verkauft. 44, über 44 Prozent haben wir abverkauft. Und wir stehen bereits auf diesem Level, ja. Müssen wir abverkaufen? Nein, müssen wir nicht, ja. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit und wir möchten sie einfach sehr, sehr gerne zeigen. Dann haben wir KAS glücklicherweise wieder in unserem Boot, ja. Sie wissen ja inzwischen, KAS ist eine sehr große Position inzwischen, die größte in unserem Portfolio. Wir zeigen Ihnen nun entsprechend die weitere Bewegung. Wird auch mehrfach aus der Telegram-Gruppe gewünscht. Viele herzliche Grüße gehen raus an die Telegram-Gruppe. Wir haben nun die Möglichkeit, und das ist ganz, ganz wichtig, aktuell zu bewerten. Wichtig ist es hier, dieses Hoch von 0,0278 im Best Case rauszunehmen, ja. Das ist für uns aktuell das absolut Wichtigste. Dann haben wir die Möglichkeit, in unserem aktuellen Zyklus hier entsprechend nun eine fünfteilige Aufwärtsbewegung gesehen zu haben, eine dreiteilige Gegenbewegung und nun hätten wir die Möglichkeit, Anstiege zu sehen. Es gibt keine Garantie, wie gesagt, an diesem Markt. Es sind nur Wahrscheinlichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir dieses Szenario ausspielen, dann hier hochzuschießen auf die 0,078 Cent. Soviel mal aktuell zum Szenario. Ja, wie gesagt, wir schauen uns genau an, wie es weitergeht. Aktuell, ganz, ganz wichtig, KAS bleibt long-term in unserem Rodelportfolio bestehen und wir halten KAS bis zum nächsten Bullrun und verkaufen ihn im Best Case am Top. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, denken Sie an den RSFM-Crypto-Trading-Kurs, wenn Sie Interesse haben. Wir fragen sehr, sehr gerne. Wir sind bis 24 Uhr noch in Telegram, wenn Sie dazu Fragen haben. Und ansonsten wünsche ich mir noch einen schönen Freitagabend. Guten Start ins Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss, ciao. Danke.